Guten Abend, Herr Zahman. Ich habe zu Greg gesagt, dass es nach dem ersten Zeitpunkt 1-0 gewesen wäre, und nach dem zweiten Zeitpunkt 4-0 gewesen wäre. Das ist der Weg, wie es ging. Er sagt, dass es hat er auch gerade zu sein. Der Kollege Greg Pos gesagt, nach dem ersten Drittel 1-0 für eines der beiden Teams hätte stehen können, genauso wie es nach dem zweiten Drittel 4-0 für eines der beiden Teams hätte stehen können. Glücklicherweise war es sein Team, das dann mit dieser hohen Führung ins letzte Drittel gegangen ist. Er hat ein sehr, sehr intensives Spiel gesehen und ist stolz auf seine Mannschaft, dass sie den Kampf, den Iserlohn ohne Zweifel 60 Minuten lang geboten hat, angenommen und durchgezogen hat. Wir haben nicht gewonnen, mit der Leid zu verhindern, so für 60 Minuten, das war wirklich eine intense Spiel. Regardless of die score, es war wirklich eine intense Spiel. Und so, hats auf zu Iserlohn für, you know, playing as hard as they did. Und ich habe zu geben, die Leute zu sagen, congratulations. So, danke sehr. Ja, guten Abend zusammen, ich möchte Dan und wünsche der Mannschaft zum Sieg gratulieren. Ich meine, im ersten Drittel haben wir viel zu viel Torechancen abgegeben. Wir können nur Hannibal Weizmann bedanken, das war nicht früher im Rückstand. Und dann im zweiten Drittel auch. Und ja, wir haben in Serien vom Spiel gewonnen. Wir haben gute Zeiten gehabt, wo jeder hat Mannschaft dienstlich gespielt. Wir haben Schüsse geblockt, wir haben defensiv gespielt. Wir sind von der Strafbank fern geblieben, wir haben gute Unterzahl gespielt. Und dafür haben wir gewonnen, weil wir haben gekämpft und für die Mannschaft gespielt. Die letzten drei Spiele haben wir überhaupt nicht für die Mannschaft gespielt. Viel zu viele Einzelfehler von allen, von der gesamten Mannschaft. Und ja, das müssen wir schnell korrigieren, wenn wir möchte wieder gewinnen. Aber so zu spielen, wir werden sehr schwer gegen jede Mannschaft in der Liga haben. Besonders gegen eine von den besten Mannschaften in der Liga wie München. Und nein, das müssen wir nicht nur körperlich, aber auch mit dem Kopf. Wir müssen viel cleverer spielen. Und wir haben viel zu viele Spieler, die spielen auf Risiko. Die hoffen, vielleicht eine offensive Chance zu bekommen. Und so kann man nicht Eishockey auf Vorurreich spielen. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Roosters-Coach? Greg, du hast gestern noch gesagt, dass du selten eigentlich den Torhüter tauscht. Was wolltest du mit der Maßnahme, mit den Wechseln, mit Andreas Jelicke, für Zwecken, einfach nochmal einen neuen Push zu geben in der Mannschaft und ein Zeichen zu setzen? Ja, ich meine, das ist nicht fair, die Torte reinzulassen im gesamten Spiel, wenn wir so viele hundertprozentige Torschancen abgeben. Ich meine, wir brauchen zwei Torte. So, dass wir auch in guter Glegenheit beide Saluten heute Abend.